Grüß euch, da ist der Xandy Huber, Profi Beachvolleyballer, zurzeit da in der Homeoffice, wie viele von euch vielleicht auch. In meinem konkreten Fall ist es das Kinderzimmer von meinen zwei Söhnen, wo ich aktuell alle meine Trainings mache. Ich kann zurzeit meinen Beruf nicht ausführen, ich kann kein Geld verdienen, es geht allen von euch sicher gleich. Andere von euch sind da draußen und arbeiten jeden Tag für uns, damit wir anderen versorgt sind. Es ist glaube ich für jeden von uns eine zahre Situation. Als Mannschaftssportler stehen für mich in der Saisonvorbereitung Team-Building-Aufgaben immer am Programm. Und jetzt gerade fühlt es für mich so an, als ob wir alle gemeinsam in so einer Team-Building-Aufgabe stecken, die wir bis jetzt super gelöst haben. Wenn wir weiter sogar zusammenhalten und uns gemeinsam dadurch kämpfen, dann packen wir das locker. Wir Kärntner sind ein super Team.